Das Wetterradar der letzten Tage im Schnelldurchlauf zeigt es auf einen Blick. Neben vielen Wolken und Regen hatte das Wetter nicht viel zu bieten. Und auch die Aussichten sind zunächst wenig berauschend. Trügt uns das Gefühl, dass es schon seit Monaten quasi durchregnet? Und außerdem die vielleicht wichtigere Frage, wann ist endlich Schluss damit? Und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Niederschlagsbilanz des Winters. Um direkt zum Punkt zu kommen, ganz so falsch liegen wir tatsächlich mit der Wahrnehmung nicht, dass es in der letzten Zeit sehr viel geregnet hat. Schon seit Oktober gab es jeden Monat überdurchschnittlich viel Regen, wie hier die blauen Farben zeigen. Unterbrochen von nur kurzen, trockenen oder winterlichen Phasen mit Schnee. Dementsprechend sind wir bei der Niederschlagsbilanz des Winters. Das sind hier die Summen von Dezemberbeginn an. Aktuell schon auf dem Niveau bzw. teils schon über den Mengen der vergangenen Winter. Da in den kommenden Tagen relativ verbreitet weiterer Regen vom Himmel kommt, wird der Winter in der Enderbrechnung Ende Februar somit wahrscheinlich zu den nassesten der letzten 20 Jahre zählen. Ein Grund für den vielen Regen ist eine immer wiederkehrende Wetterlage. Ein Tief zieht vom Atlantik nach Großbritannien und die Wetterfronten greifen auf Deutschland über. Das seit Monaten schon sehr warme Atlantikwasser kann sich dabei verstärkend auf die Niederschläge auswirken, denn es verdunstet mehr Wasser und die Luft wird dadurch feuchter. Auch zum Wochenende hat uns ein Tief mal wieder fest im Griff. In der nächsten Woche könnte sich aber langsam ein Hoch ausbreiten und aufgepasst für ein paar trockene Tage sorgen. Ob daraus ein neuer Trend wird, lässt sich aber noch nicht sagen. Ein gutes hat der ganze Regen aber trotzdem, denn die Wahrscheinlichkeit für eine Frühjahrstrockenheit, wie es sie in den letzten Jahren immer mal wieder gab, ist in diesem Jahr deutlich geringer. Und in ein paar Wochen ist es ja auch schon soweit und wir können uns an der ergrünenden und erblühenden Natur erfreuen. Bis dahin heißt es noch ein bisschen durchhalten und die Augen offen halten nach den ersten Frühlingssignalen am Horizont. Wir lassen es euch natürlich wissen. Kommt gut durch den letzten meteorologischen Wintermonat. Ich bin Niklas Weise von WetterOnline.